Oh Mann, das wird ja immer schlimmer. Tag, Herr Doktor. Guten Tag. Einmal Mund auf und laut A, bitte. A. Hm, aha. Oh, nicht gut. Gar nicht gut. Da sieht man auf den ersten Blick, dass es in ihrem Körper da gerade ganz schön abgeht. Da liefern sich einige Viren einen erbitterten Kampf um die Organe in ihrem Körper. Manche zerren sich untereinander aus den Organen raus und andere töten sich gegenseitig. Hm, da sind auch ein paar ganz schön hartnäckige dabei. Es wird sich wohl nicht vermeiden lassen, dass das ein oder andere Organ mal einen Kollaps erleidet. Aber das härtet ab, glauben Sie mir. Lassen Sie mich mal eine Speichelprobe nehmen. Ich muss das mal untersuchen. Man muss nämlich höllisch aufpassen, dass die kleinen Dinger nicht zu gefährlichen Biestern mutieren. Und eins von denen ist immer besonders clever und fies. So, dann analysieren wir mal. Hm, aha, aha. Das sieht gut aus. Gegen eines der Viren gibt es bereits ein Gegenmittel. So, bitte hier ihr Rezept und jetzt ab nach Hause ins Bettchen. Werdet in viral zu fiesen Viren, infiziert Organe, mutiert, löst Kollapse aus und sichert euch Mehrheiten in den unterschiedlichen Körperzonen. Der fieseste Virus unter euch gewinnt in diesem spannenden, taktischen und aberwitzigen Vielspielerspiel. Bei Risiken und Nebenwirkungen empfehlen wir, gleich noch eine Runde zu spielen. Bei Risiken und Nebenwirkungen